Oft wird davon gesprochen, dass man im Krisenfall die Flucht ergreifen muss. Möglicherweise hat man sich auf eine Krise vorbereitet und Vorräte angelegt. In den letzten fünf Jahren den Ziergarten in einen Nutzgarten zur Selbstversorgung umgewandelt. Einen Kaminofen oder Holzofen angeschafft, um auch ohne Strom noch kochen und heizen zu können. Man hat sich jahrelang mit dem Thema Krisenvorsorge und Prepper beschäftigt. Man hat draußen trainiert und so manche Nacht im Wald verbracht. Selbst der Ehegatte und die Kinder haben manchmal diese Profession geteilt. Zumindest unterbewusst war man sich klar, alles nur Übung. Und morgen gibt es einen Kaffee, ein gutes Mittagessen und eine heiße Dusche. Man hat mit dem Ehepartner gesprochen. Was man in der Krise tun will, die Wohnung oder das Haus aufgeben, wenn die Lage es erfordert. An sich schon ein heikles Thema. Ist der Partner nicht wirklich überzeugt und legt die Sache nur um des Friedens willen ab? Die Kinder, haben die verstanden, was man ihnen erklärt hat? Gehen wir vom günstigsten Fall aus. Der Partner steht 100% hinter der Sache und die Kinder sind alt genug, um das Wesentliche verstanden zu haben. Vier Fluchttrucksäcke liegen bereit. Man hat sich dafür entschieden, auf warme Kleidung zu setzen. Man kann ja auch weniger anziehen, wenn es warm sein sollte. Jeder hat Essen und Trinken dabei, um drei Tage das Nötigste zu haben. Eine Fluchtroute zu einem abgelegenen sicheren Ort ist festgelegt worden mit Ausweichrouten. Zur Sicherheit hat man entlang der Fluchtroute noch Material und Vorräte versteckt. Man hat alles nur Erdenkliche zur Krisenversorgung getan. Wirklich? Die Krise ist da. Der Strom fällt aus und wir sind froh, gut vorbereitet zu sein. Nach ein paar Tagen spitzt sich die Lage zu. Trotz unserer Sicherung von Wohnung oder Haus eskaliert die Situation und wir müssen flüchten. Um drei Uhr früh wollen wir uns auf den Weg machen. Fast schon aus dem Haus wird den Kindern klar, das geliebte Spielzeug, die Playstation und das Handy müssen zurückbleiben. Dem Ehepartner wird klar, all die Vorräte und Vorsorgeartikel, die zu schwer sind, müssen aufgegeben werden. Noch reißt sich jeder von dem Gedanken los. Auch wenn es schwer fällt, man schafft es auf den geplanten Wegen raus aus der Stadt. Die Hauptgefahr liegt hinter der Familie. Man marschiert dahin, um jederzeit seinen Gedanken nachzugehen. Jetzt erst wird allen klar, was man aufgegeben hat. Was morgen schon Plünderern gehört oder gar alles den Flammen zum Opfer fällt. Wofür man jahrelang gearbeitet hat. Die Stimmung sinkt. Im Morgengrauen ist man an einer Stelle, an der man ein professorisches Lager aufbauen kann. Nichts Tolles, nur ein Unterstand, um bei Regen geschützt zu sein. Nachts zwischen 1 und 5 marschieren und tags unter 10, so ist es geplant. Als Menschen mit einem geregelten Tagesablauf sind wir das aber nicht gewohnt. Alles, was wir an Ritualen und Abläufen hatten, liegt hinter uns. Keine Notfall-App, die man gewohnheitsmäßig aufruft. Keine Mails zum Beantworten. Keinen Herd, auf den man sich einen Kaffee zubereitet. Klar, Feuermachen ist kein Problem. Aber nicht, wenn es dunkel ist. Tagsüber sieht man den Lichtschein nicht so sehr. Unweigerlich ist das alte Zuhause, in dem man sicher war, in Gedanken. Tagsüber bleibt man im Lager und vertreibt sich die Zeit mit Kartenspielen. Doch es gibt genug Leerlauf, um das zu vermissen, was man gewohnt war. Nachts geht es weiter. Nur noch zwei Etappen, wenn alles gut geht und man ist am sicheren Ausweichort. Unterwegs wird klar, ein Bürgerkrieg ist ausgebrochen. Jeder ist sich selbst der Nächste, wie erwartet. Und Feuer sowie Gewalt zeichnen die Umgebung. Wenn man ein Zuhause verlässt, ist es entscheidend, ob und wie man den Verlust betragen kann. Man verliert Gerüche, Nahrungsmittel, seine gewohnte Umgebung und man verliert möglicherweise Familienangehörige und seine eigene Identität. Man sagt leicht hin, wenn es eskaliert, dann suchen wir unser Heil im Breakout und in der Flucht. Wenn man eine Familie hat, flüchtet man ja nicht zum Selbstzweck, sondern primär für die Kinder. Deren Sicherheit liegt einem am Herzen. Umso schwerer wird es, wenn es ihnen nicht gut geht. Nur wenige würden ihre Familie zurücklassen, wenn es nicht so optimal läuft. Die Flucht wird zu Diskussionen und Widerständen innerhalb der Familienmitglieder führen. Was kann man tun? Nun, zuerst einmal sich die Situation ohne Beschönigung vorstellen und auf sich wirken lassen. Wie fühle ich mich, wenn ich alles, was ich an Struktur hatte, am Besitz oder geschaffenen Werten aufgebe? Stellt euch vor, wie ihr jeden Gegenstand, der euch wichtig ist, verliert. Lasst die Gefühle zu, die auf euch zukommen. Sagt euch jedes Mal, das brauche ich nicht wirklich. Denkt an etwas, das euch wichtig ist. Bei den meisten wird das die Familie sein. Wiederholt das so oft, bis es nach und nach leichter wird. Nichts ist schlimmer als Zeit, um auf der Flucht ins Grübeln zu kommen. Verteilt Arbeiten nach einem Zeitschema, das eure alte Struktur ersetzt und neue Rituale schafft. Nichtstun ist euer größter Feind in den ersten Tagen. Lenkt euch und eure Kinder ab. Lest eine Geschichte vor. Verbessert das Lager. Spielt Spiele. Nur nicht nachdenken. Das könnt ihr vor dem Einschlafen sowieso nicht unterbinden. Bevor ihr euch zum Schlafen legt, packt alles zusammen. Lasst nur draußen, was ihr braucht, um in den nächsten Tag zu starten. Nicht viel Zeit zwischen Aufwachen und Losgehen verstreichen lassen. Beschränkt eure Marsch auf die Nachtstunden, zwischen 1 und 5. Wenn die meisten ihren Schlafrhythmus haben, das wird euch zu schaffen machen. Glaubt es mir, es ist besser so. Am Tag seid ihr viel zu leicht auszumachen. Da man nachts bestrebt ist, leise zu sein, wird es wenig bis gar keine Gespräche geben. Das führt wieder dazu, dass man ins Grübeln kommt. Beschäftigt die Kinder mit Hörspielen oder Musik via MP3-Player und In-Ears. Versucht selbst nicht, in negative Gedanken zu fallen. Behaltet das auch bei, wenn ihr an eurem sicheren Ort seid. Struktur ist eine extrem wichtige Komponente gegen Verzweiflung und Depression. Für nötig, baut euch gegenseitig auf. Lasst euch nicht runterziehen. Das klingt so einfach, ist aber verdammt schwer. Das klingt so einfach, ist ja. Das klingt so einfach, ist ja. Das klingt so einfach. Der Mond�� zu sehen.